So, Harry Hurtig heute mal ganz woanders, nämlich in Tavlero, in einem sehr, sehr guten Restaurant. Hier das Ristorante Il Gusto. Ja, Spezialität italienischer Küche. Und was ganz Besonderes hier, es ist ein ganz bekanntes Lokal, viele Jahre schon in Betrieb. Das ist der Papa, oder eine geöffnete Küche. Okay, die Küche ist da geöffnet und hier ist der Chef, Fabrizio. Der ist der Chef und hier sind die Räumlichkeiten, Platz für 30 Personen hier. So, und dann gehen wir mal in die Küche. Das Brot wird auch hier selber gebacken, denn sie haben einen Spezialisten, der hier richtig und die Mama, die kocht. So, ja und jetzt gibt es noch eine Besonderheit, denn die Besonderheit ist, dass unser Wirt hier, der Fabrizio, der kann nicht nur gut kochen, sondern der kann auch gut Musik machen. Und er wird jetzt, im Moment, für uns ein kleines Ständchen bringen. So, und da sind wir jetzt richtig gut gespannt, für diesen Auftritt, der jetzt im Moment ganz live und original. So, ja und da sind wir jetzt. So, ja und da sind wir jetzt. So, ja und da sind wir jetzt. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb.